auf augenhöhe liebe community herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe auf augenhöhe heute eine spezial ausgabe spaziergang spezial haben wir es genannt und was wir genau damit meinen das werden wir im laufe dieses abends erfahren mit meinen heutigen gästen ich grüße ganz herzlich johanna winterfeld hallo johanna schön dass du da bist du bist sängerin und synchronsprecherin ganz genau und kommst aus berlin auch das direkt gerade her gefahren her gefahren fünfeinhalb stunden oder ich glaube es waren sogar sechs und alles nur um hier zu sein alles nur um bei euch zu sein ganz genau schön dass du da bist ich grüße ganz herzlich sascha künstlername schwarz-weiß wie spricht man das richtig aus schwarz-weiß schwarz-weiß einfach sprach genau ok rapper richtig und auch aus berlin aus frankfurt aus frankfurt ja auch jetzt aus frankfurt angereist also ich dachte ihr wird gut wir ihr seid zusammen reingekommen deswegen okay ich grüße ganz herzlich sabine winterfeld die mama genau jetzt bringe ich das richtig aber ihr seid zusammen da bist du mit ihm aus frankfurt so entstehen gerüchte du bist schalspielerin und anti gewalt trainerin genau und was das heute mit dem thema auch vielleicht zu tun hat das erfahren wir im lauf des abends herzlich willkommen hier in düsseldorf und ich grüße zum 34 mal ungefähr zum dritten mal für die gewünscht 34 vielleicht philene konrad wir freuen uns dass du da bist philene ich freue mich auch ja schauspielerin und schriftstellerin genau aus köln ja immer noch mal sehen wie lange noch wir wollen in dieser sendung heute darüber sprechen wie radikal ist der widerstand der corona widerstand was passiert hier gerade in diesem land also in sagt früher gab es die französische revolution in deutschland gibt es jetzt die evolution die leute gehen raus gehen spazieren in kanada sind die trucker da überall passiert ganz viel und ihr steckt alle mittendrin ihr habt oder beziehungsweise aus der initiative alles auf den tisch hat sich friedlich zusammengebildet und ihr seid viel auf der straße ja genau warum johanna das hatte den grund dass wir alles auf den tisch ist ja online online format und wir hatten irgendwann das gefühl dass es irgendwie nicht mehr ausreicht das hat zwar ein bisschen wellen geschlagen aber es haben irgendwie einfach nicht genug leute gesehen das hat einfach nicht die resonanz erzeugt die wir uns auch gewünscht hatten und irgendwie haben wir dann gedacht dann müssen wir so ziemlich das letzte demokratische mittel noch nutzen was uns übrig bleibt und das ist dann doch auf die straße zu gehen und dann ja ist das entstanden weil eine der frauen wir sind insgesamt sieben frauen die das organisieren meinte leute wollen wir da nicht irgendwie was gründen wollen wir nicht schauen dass wir die leute auf die straße kriegen und dann waren wir alle dabei und jetzt sind wir viele also beim letzten mal waren wir wir haben gesagt wir waren 5000 das ist das was wir gezählt haben die polizei hat glaube ich gesagt wir waren drei oder drei fünf da kann man sich jetzt aussuchen wie man da mehr glauben schenkt okay also die zahlen wurden ja immer mal heiß diskutiert auch schon in den anfängen ich erinnere mich noch august 1 august 2020 in berlin da hieß es wie viel sonst gewesen sein 17.000 und andere haben von einer millionen gesprochen es war auch eine ganz engagierte frau jetzt bei unserer letzten demo dabei die meinte dann ganz aufgeregt zu mir sind bestimmt heute 20.000 da muss ich dann auch sagen so ganz ruhig so viele sind es nicht aber ich glaube auf jeden fall mehr als die polizei da auszählt werden es auch mehr nach dem gefühl wir waren bei der ersten demonstration die stattfinden durfte von friedlich zusammen waren wir knapp 450 danach waren wir glaube ich was waren wir 11 17 oder war das die zahl von der polizei zwei und knapp zwei also es hat sich es hat sich ja 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 genau wir waren zwei bis drei haben wir gezählt und bei der letzten waren wir jetzt fünf und rund 5000 so ja sascha oder schwarz was soll ich lieber sagen was magst du lieber so wie du magst ja sascha in frankfurt wie ist dein moment die situation was ist frankfurt geht momentan richtig nach vorne da gibt es ein paar richtig stabile leute die richtig welle machen und heute oder gestern war glaube ich ein sternlauf da sind 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 die frankfurter aus vier verschiedenen richtungen gekommen und haben sich versammelt das ist so ein neues konzept wahrscheinlich um die polizei noch mehr zu verwirren ich war letzte woche dabei habe ein paar tracks gespielt am samstag geht es wieder los mit einer relativ großen demonstration also ich glaube frankfurt wacht auf jeden fall gerade auf und wird seinem namen als stabile stadt auch langsam gerecht wie wie reagiert die polizei moment kann man kann man da irgendwie pauschal sagen oder ist das richtig von schwierig also ich habe ich habe das gefühl ist es wirklich sehr unterschiedlich ich erinnere mich an letztes jahr wo wir wirklich mit wasserwerfern abgeräumt wurden am goetheplatz auf aller rabiatste tour natürlich völlig unsinnig weil es ging ja darum dass wir den abstand nicht hielten und dann wurden die menschen zusammengetrieben und wurden dann per wasserwerfer auseinander zusammengedrückt und letztendlich auseinandergetrieben also ich glaube die polizei hat in frankfurt sehr sehr radikal gestartet ich habe das gefühl dass das ist langsam besser wird dass man den demonstranten dass man sie eher gewähren lässt und eine gute tendenz ja schön dass wir heute so viele unterschiedliche großstädte am tisch haben in köln was macht köln im moment gerade wie läuft der widerstand er doch die durch die spaziergänge merkt man auf den straßen werden es immer mehr also es war jetzt zwei jahre bei den normal angemeldeten demonstrationen wenig leute auf der straße für eine millionenstadt also fragt man sich ob es wirklich eine großstadt noch ist weil das also sehr zurückhaltend die gesamte auseinander gab keine auseinandersetzung und jetzt bei den spaziergängen aber werden es immer mehr und das ist von woche zu woche das ist sehr schön und die stimmung ist unglaublich toll und ich war jetzt ein paar wochen nicht weil ich unterwegs war aber davor und es war also da kommt das gemischte volk aus also aus der mittelschicht aus es gesellschaftlich bunt und sehr friedlich und schön und bei einem spaziergang lief dann gab es dann irgendwann musik und den lauten musikwagen mit boxen und wir haben die ganze zeit nur getanzt und radikal liebevoll radikal liebevoll wirklich ja ja und die gegendemonstration die dann steht und wirklich gewaltvoll und schimpft und meckert und hass entgegen bringt und so die werden immer kleiner wurde mir jetzt berichtet und also man merkt schon dass auch man diese stimmung die herrscht also da kann sich ja keiner mehr gegen durchsetzen der das irgendwie unterdrücken möchte weil dieser zusammenhalt und dieses mitgefühl so groß ist sabine wie nimmst du das war was sind das für leute die da kommen jetzt zu zum beispiel friedlich zusammen bei friedlich zusammen also was wir ja glaube ich bis jetzt sehr erfolgreich versucht haben was uns auch ganz gut gelungen ist leute auf die straße zu holen das ist noch mal anders als bei den spaziergängen die sich bisher nicht getraut haben weil sie angst vor diesem framing hatten weil ja der presse sehr erfolgreich gesagt wurde es denn alles nazis und die werden gewalttätig und so was ja nie stimmte also was also bei den demonstrationen wo ich war es einfach nicht gestimmt das stimmte ja schon muss ich sagen bei den großen demonstrationen 2020 ja ja da war ich auch und es war ja schon damals absurd wenn man das in diese richtung gerückt hat genau also genau das war bei mir aus dem aufwachprozess wo ich dachte nazi aufmarsch wo waren die genau und und wir haben jetzt aber versucht auch noch mal eine brücke zu schlagen und zu sagen wir wollen natürlich auch die ungeimpften und die geimpften und es geht vor allen dingen auch um diese und es ging um dieses 2g und 3g diese spaltung gegen die spaltung erstmal aufstehen bei mir persönlich ist es auch wirklich egal ob jemand sich irgendwas rein spritzt oder nicht das ist mir wirklich vollkommen wurscht mir geht es nur darum dass leute nicht ausgegrenzt werden dafür gehe ich bin ehrlich gesagt seit ich 15 bin aktivistin also ich gehe seit ich wirklich in der schule bin gegen nazis auf die straße und versuche immer 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 gegen ausgrenzung zu kämpfen auf einmal merke ich dass das kriegt auf einmal ein anderes ausmaß weil es aus meiner eigenen peer group kommt also ich bin ehemalige grüne ich war da mitglied und 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 was wir auf jeden fall es mit friedlich zusammen geschafft haben ist dass sehr viele leute mit migrationshintergrund wie man so schön sagt irgendwie sich jetzt auch trauen und sagen okay ist es jetzt okay weil wir wir sind kritisch aber wir hatten angst als rechts dargestellt zu werden oder mit rechten zu laufen und sehen dass wir ja eigentlich alle für die gleiche sache auf die straße gehen und ansonsten sind diese ganzen montagsspaziergänge sehr gemischt also wir hatten jetzt die feuerwehr die berliner feuerwehr bei uns mit auf der straße die haben auch einen brief verlesen wir haben viele pflegekräfte eine intensivkrankenschwester hat bei uns eine rede gehalten und auch gesagt warum sie jetzt aussteigt ja man lernt sehr viele leute kennen aus aus allen möglichen bevölkerungsschichten also ich glaube langsam klappt das auch mit dem nazi framing nicht mehr so ich glaube das bringt auch die leute zusammen oder dieses gefühl von wir wollen diese spaltung halt einfach genau dieses weil man spürt so wie es immer weiter diese kluft und dass das nicht lustig ich dachte ja immer weil du das auch gesagt hast mit der eigenen peer group dass das so grund links politische werte gewesen wäre also ich hinterfrage mittlerweile auch immer mittlerweile hinterfrage ich einfach was ich eigentlich für links gehalten habe oder was diese griffe überhaupt bedeuten oder ob das einfach nur deckel sind die man auf gefäße drauf tut und am ende bedeuten sie gar nichts so weil also ich dachte immer das wäre genau links politisch in frankfurt hat mir jetzt ein veranstaltungsleiter erzählt wie er die antifa dazu gebracht hat nicht mehr auf die veranstaltung zu kommen und zwar jedes mal wenn die antifa kam und geschrien hat nazis raus hat er dann alle leute dazu angewiesen auch nazis raus zu brüllen viel lauter als die antifa und mit längerem atem und das hat dann dazu geführt dass die antifa sich irgendwann einfach nicht mehr blicken ließ weil ihr ganzes konzept halt irgendwie zerstört wurde wenn halt die große masse der demonstranten nazis raus schreit ja wozu ist man dann da eine frage die ich an euch alle habe warum zeigt ihr gesicht also viele sind ja immer noch die wie soll ich sagen die mitmachen die die natürlich auch angst haben eben genau vor dem was du gesagt dass sabine das hat ja auch wirklich weitreichende konsequenzen das war ja von anfang an so dass auch immer wurde ja immer ein exempel statuiert also wenn du wenn du auf eine demo gehst dann kannst du deinen job verlieren dann bist du ausgegrenzt und aber woher nimmt ihr eure energie zu sagen ich zeige gesicht und hat das jetzt schon die zweite frage aber die stelle ich noch gleich hinten dran hatte das bereits auch für euch schon konsequenzen also ich persönlich weiß nicht wie ich jetzt zu diesem zeitpunkt nicht gesicht zeigen sollte also ich weiß wirklich nicht wie das funktionieren sollte ohne dass ich komplett gegen meine eigenen werte gehe und jeden tag nicht durch den alltag lüge also ich habe am anfang bin ich noch sehr unter dem radar geflogen auch in meinem beruf als synchronsprecherin da habe ich dann ein paar gespräche mitbekommen wo irgendwie das atelier davon erzählt hat mit einem süffisanten grinsen dass sie jetzt einen kollegen umbesetzt haben weil der auf einer der demonstrationen dabei gewesen ist und da habe ich noch nichts gesagt weil ich einfach nicht umbesetzt werden wollte aber mittlerweile habe ich das gefühl dass das geht gar nicht mehr also ich müsste mich so sehr selbst belügen irgendwie ist das jetzt ganz automatisch passiert und ich habe auch festgestellt dass es gar nicht so doll wehtut wie ich anfänglich angenommen hatte also ich habe eher die erfahrung gemacht dass ich jetzt wo ich irgendwie meine wahrheit spreche plötzlich menschen begegnen die einfach sehr mit mir und meinen wertesystem so resonieren und das ist irgendwie gar nicht so schlimm auf der seite der medaille gerade und und konsequenzen also hast du auch schon gespürt irgendwie dass jemand gesagt hat also mit mit giovanna wollen wir nicht mehr zusammen arbeiten also jetzt nicht in einem ausmaß dass es irgendwie mein ganzes leben umkrempeln würde aber klar also es gibt vermutlich ateliers die mich zum beispiel nicht mehr buchen das weiß ich jetzt aber auch nicht ich weiß nicht was da intern abgeht oder so worüber die reden im freundeskreis gar nicht so doll tatsächlich ich habe aber trotzdem das gefühl dass ich von mir aus einfach mich auf andere leute zu ich orientiere mich einfach woanders hin so ich habe einfach automatisch mit anderen leuten zu tun aber es geht eher von mir aus als von denen sascha wie geht dir das ich bin ja direkt mit meinem song fake news media rausgekommen im april 2020 dem dementsprechend habe ich gleich du hast von anfang an auch ich bin dann rausgekommen ich habe dann immer meine brille meinen bandana getragen weil ich auch dachte okay das ist politisch so kontrovers da da laufe ich echt gefahr mein bürgerliches leben komplett zu ruinieren oder irgendwie direkt am flughafen abgeholt zu werden wenn ich zurück nach deutschland fliege aber ich glaube so 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 drastische maßnahmen werden ja zum glück nicht ergriffen ich habe dann irgendwann mal ein interview gegeben beim hr radio das war so ein streitgespräch ja genau und infolgedessen hatte ich dann auch massive probleme mit meinem arbeitgeber bekommen der mich quasi versetzt hat aus meiner bestehenden position degradiert hatte weil er der ansicht war dass ich mit meiner politischen position so nicht tragbar sei und ja von daher also was was mir am meisten zugesetzt hat muss ich sagen war einfach so dieser angriff aus dem nächsten freundes umfeld es gab viele alte freunde aus meiner heimatstadt die mich massiv geschittstormt haben in den sozialen medien die gesagt haben okay du bist jetzt hier der poster boy der neuen rechten und du bist hier und du läufst machst dich hier gemein mit nazis genau das kam dann später noch onkel tom mehr also der schwarze der sozusagen seine eigenen seine eigenen verrät und das war das hat echt weh getan wo ich habe ich hatte wirklich auch angst davor weil das krasse ist halt dass ich natürlich diese ausgrenzung erlebt habe als als kind als jugendlicher aber wirklich von der rechtsextremistischen seite her und jetzt 20 jahre später erlebe ich sie halt aus umgekehrter richtung ich habe ich habe halt ich habe den leuten halt auch gesagt hey vertraut ihr mir da ihr kennt mich doch ich bin doch ich müsste das doch ich musste doch dazu in der lage sein das zu beurteilen ob diese menschen irgendwie fremdenfeindlich sind oder ob die irgendwie einen an der waffel haben das die in der tagesschau und also so haben sie es nicht gesagt aber ihre quellen sind halt wirklich die mainstream medien und dann habe ich gesagt hey kommt doch mal auf die demo guckt euch das mal an so hatte ich dann auch meine meine mutter an dieses thema herangeführt ich hatte sie einmal zu einer demo eingeladen und sie war total baff weil sie sie hatte einfach diesen diese schöne atmosphäre dieses friedliche zusammen die seifenblasen die kids ja und hat halt auch wie wie du so in den nachrichten vorher immer nur dieses krasse framing gesehen aber ja ich habe viel ich habe viel druck bekommen aus verschiedenen ecken habe auch reale konsequenzen aufgrund meiner meinungsäußerung erlitten aber zu dem punkt von giovanna ich glaube das führt dann auch dazu dass man dass die veränderungen ins leben kommen und dass man sich mit anderen menschen connected die halt irgendwo ja mit denen man halt besser harmoniert werbung freiheit in der krise ein bildband mit 48 kritischen stimmen 352 seiten voller großformatiker porträts von menschen die in dieser zeit eine kritische position vertreten in sehr persönlichen statements melden sich neben medizinern und wissenschaftlern auch juristen journalisten und viele weitere fachleute zu wort hinzu kommen zahlreiche bilder die mit dem blick hinter den kulissen das geschehen bei dreharbeiten meetings und demonstrationen dokumentieren mit einem vorwort von dr wolfgang bruder bestellen sie jetzt und freuen sie sich auf 2,5 kilo zeitgeschichte feline hast du viele menschen verloren und dafür mehr gewonnen oder wie ist bei dir bisher die bilanz ich habe mehr neue gewonnen als verloren aber die die ich verloren habe da ist schon schmerzhaft also wir haben ja noch über den titel gesprochen über diese doppeldeutigkeit von es ist kein spaziergang und also das gesicht zu zeigen es fühlt sich einfach richtig an aber auf der also und es ist unglaublich viel schönes was was neues was was entsteht neue leute auf dass wir uns kennengelernt haben auch über alles auf den tisch was eine wundervolle super kampagne ist finde ich und andere kampagnen und projekte und so die entstehen und auch durchgeführt werden also bei mir ist es der engste familienkreis noch also ich habe meinen bruder seit april 2020 nicht mehr gesehen nach wie vor nach wie vor wir hatten einmal zwischendurch kurz kontakt wollten uns sehen da war er krank und erkältet habe ich sagt na dann warten wir mal noch zwei wochen so bei einem jahr ist das jetzt auch auch kein problem aber dann ist es nicht dazu gekommen und es bleibt hat die frage dessen geimpft ungeimpft und dann merkt man die gesamte familie planten geburtstag und sie reisen aus süddeutschland an und hinterm rücken wird eine party geplant und dann ist man anlagen bin ich eingeladen und ich weiß auch von nichts ich finde wenn man angst hat dann kann man noch sagen ich hätte ich gern dabei und aber es geht nicht und so und das war schon übel also und da ist auch nichts was von außen kommt also diese ganzen begriffe und so da lacht man ja mittlerweile drüber also das und das ist so absurd dass ich mein was du erzählst auch mit und naht du bist jetzt was onkel tom ja abung hilft immer immer ja es ist auch das was was also das ist das eben auf der anderen seite das schöne und das man wächst so zusammen wir kennen wir sehen uns doch zum zweiten dritten mal sehen wir aber es ist irgendwie und wir zum ersten mal und zum zweiten mal und das ist aber wie auch verbindet ein halt irgendwie was ganz anderes genau das ist auch das was du vorhin meint ist mit den auf den spaziergängen begegnen sich leute irgendwie ganz anders aus den verschiedensten bereichen so und irgendwie verbindet ein so was auf herzebene es geht überhaupt nicht mehr um diese identifikationsflächen so oder identitätsflächen genau das es geht wirklich um den menschen genau ja und deswegen also unterm strich ist bin ich glücklich und zufrieden mehr als je zuvor was passiert ist und was für geschenke ich gerade kriege aber es ist schmerzhaft zu erleben wenn menschen dann ihr wahres gesicht zeigen es ist diese enttäuschung das ende einer täuschung aber die täuschung tut weh wenn es in der eigenen familie ist im eigenen freundeskreis ja und auch dieses also das was was mich wirklich trifft ist dieses hintenrum also warum kann man das dann nicht offen kommunizieren warum kann man nicht sagen ich habe angst und es tut mir leid und ich hätte gerne und würde gerne aber so dass dieses und das erlebe ich zum beispiel in den neuen bekanntschaften und begegnungen auch dass ich das gefühl ob da ist eine gewisse aufrichtigkeit und man hat empathie dass man den anderen mit seinem verhalten verletzen könnte und das trifft mich viel mehr als die situation an sich ich glaube da könnte ich und kann ich kann damit eh ganz gut umgehen würde ich mal sagen aber dass es hintenrum so gemauschelt wird und das ist genauso wie mit kollegen oder was du erzählst von okay gibt es da jetzt leute die dich nicht mehr buchen oder einladen dass da keine antworten kommen also dass man eine mail schickt mit schau mal ich habe eine künstlerinitiative gegründet weil wir leiden gerade und es kann ja so nicht weitergehen irgendwie wir müssen doch schauen und und das einfach dieses ignorieren und totschweigen dann sollen sie mir lieber schreiben frau konrad oder filiene du bist echt irgendwie deppert oder was weiß ich was aber das machen das ist voll der wichtige punkt ich würde ich würde gerne einmal gerade sabine reinholen an der stelle konsequenzen für dich als schauspielerin ich finde das total lustig habe das irgendwie nicht oder ich spüre das nicht wahrscheinlich bin ich da irgendwie immun gegen oder ich bin schon sehr früh in anderen weg gegangen weil ich neben meiner arbeit als schauspielerin die anti gewalt trainer habe ich halt auch viele viele jahre im gefängnis gearbeitet ich kann das im augenblick auch nicht weil ich dieses system gefängnis unter den voraussetzungen nicht also ich hatte jetzt auch da arbeiten sollen aber es geht nicht weil dieses ganze maskenthema im gefängnis geht aber das heißt ich hatte sowieso irgendwie immer eine sonderstellung als schauspielerin und komischerweise wahrscheinlich weil ich auch älter bin als ihr in meinem freundeskreis habe ich da ganz wenige leute also die meisten meiner freunde ich bin auch sehr dankbar für waren auch so irgendwie komisch beziehungsweise auch kritisch hier stimmt was nicht oder meine der größte teil meiner familie auch also ich fühle mich da auch sehr beschenkt das heißt nicht dass die jetzt alle so extrem kritisch sind wie ich oder so aber mit wenigen ausnahmen also vielleicht ich denke mir vielleicht habe ich einfach vorher auch schon meine freunde danach ausgewählt dass es eher so kritische denker sind so also dass die situation anders nicht so mainstream mäßig betrachten oder ich gehe halt auch mein leben lang zu zu ärzten die halt ganzheitlich sind das mache ich sowieso das heißt ich habe nicht mal irgendwie mein arzt wechseln müssen sondern 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 die ärzte ich kenne die denen das halt auch so wie ich so ja und diese respektieren oder finde ich so gerade in freundschaften also man kann ja auch nicht einverstanden sein aber zumindest sagen hey ich kenne dich ich vertraue dir du hast deine gründe und ich bin selber distanziert aber ich respektiere das ja aber dieses dass man so entwertet wird als mensch finde ich so also ich weiß also ich glaube hinter meinem rücken passiert das aber es ist schon vorher passiert so also die leute denken ich bin irgendwie blöd oder so oder oder habe eine komische meinung aber das ist auch okay ich finde das ist auch völlig okay dass die leute das denken aber ich weiß also was für mich ein komischer moment war war das noch ein gemeinsamer freund von uns die ich auch sehr mag aber da habe ich jetzt ein bisschen abstand der irgendwie so so mir dann gesagt da war ich noch bei facebook du musst aufpassen ich hatte so ein ding von wo da gepostet keine arbeit mehr und wenn mir jemand so was sagt das meine ich selbst wenn ich mich irre also selbst nicht total auf dem falschen dampfer bin in dem moment wo man mir sagt wenn du das machst dann komme ich mir vor wie leni riefenstahl also ich will das nicht weil ich finde das ist das ist und wie gesagt ich arbeite ja auch im gefängnis ich habe viel mit drei wirklich rechtsradikalen mit islamisten mit mördern gearbeitet und und der einzige weg demokratisch was zu verändern ist wenn man wenn man sich zuhört und nicht wenn man sich tot schweigt also das heißt du kannst auch ganz klar unterscheiden wer 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 ist wirklich nazi ja ich weiß ich weiß auch wie das funktioniert also ich habe wirklich mit mit ich habe großprojekte gemacht mit wirklich leuten aus der wirklich rechtsradikalen szene und mehr oder weniger erfolgreich und die leute die halt man erkennt es auch entweder also ich will ja jetzt nicht großen also entweder verabschieden sie sich dann aus einem projekt wie unserem wo es ganz viel um herzenswärme geht wir machen große theaterprojekte aber man muss sich gegenseitig zuhören und und so oder was auch interessant ist habe ich einmal lebt wenn du mit wirklichem psychopathen arbeit ist die tun so als ob das merkt aber auch nach einer weile das heißt ich kann das schon also ich halte jetzt viele politiker für psychopathen ehrlich gesagt unterscheiden ob ob jemand verbunden ist oder nicht würde ich mal behaupten also ich glaube da gibt sogar untersuchungen drüber also nicht nur da sondern auch in den chef etagen und auch in großen konzernen und die die prozentquote ist da relativ hoch ich das ist jahrelang dass ich das buch dazu gelesen habe aber es gibt auf jeden fall untersuchungen darüber und das ist etwas was was vielleicht auch diese spaltung ausmacht also das was giovanna eben gerade sagte dass dieses wird auch gesagt irgendwie herzensmenschen und das auch meine wahrnehmung dass sich gerade jetzt hier oder beziehungsweise auf der straße oder wo auch immer wo gerade neues entsteht wirklich menschen treffen die auch aus diesem diesem bewerten raus wollen aus diesem schubladen denken aus diesem system was wir was wir alle gerade als so furchtbar übergriffig erleben und von dem glaube ich die meisten mit denen ich gesprochen habe auch das gefühl haben dieses system ist einfach auch nicht erneut aufsetzbar es muss sich verändern und es muss sich verändern über über eigenverantwortung über selbstbestimmung über über das eigene engagement und vor allem in einem netzwerk mit menschen zusammen die gleichgesinnt sind die auf dieser herzens ebene schwingen total da schreibe ich da ist ja auch unglaublich viel kraft drin also das merkt man so in einzelnen projekten oder in zusammenkünften was was da für eine kraft und energie drin steckt was neues zu kreieren kreative energie kreative energie auch der wunsch danach also man merkt richtig auch finde ich so dass man es ist so ein bisschen so darauf haben wir die ganze zeit gewartet also es wirklich so es kann ja keiner sich mehr verstecken also mit masken hin oder her aber jeder zeigt sein gesicht man kann im augenblick nicht unpolitisch sein ja oder ist also ich finde so ist es wird alles wie auf einem silbertablett präsentiert und man sieht so ich weiß genau was für ein mensch du bist und dann kann ich selber entscheiden will ich mit dem weg gehen oder nicht und das ist gerade ich finde man sieht alles so ja wir wir sagen wir hatten im vorgespräch kurz gesprochen dieses wie ja wie radikal muss wieder oder darf widerstand sein und also ich glaube also wenn ich dich richtig verstanden habe oder sag es einfach selbst dafür sitzt ja also ich bin ich glaube wir müssen diesen dieses wort radikal oder radikalität oder vielleicht auch extremismus auch wieder ein stück weit für uns gewinnen ja radikal ist radis die wurzel das ist ja das was da drin steckt also unbedingt ich glaube wir brauchen radikalität ich glaube es gibt unheimlich viele dinge in unserer welt in unserer zeit die nicht mehr stimmig sind und ich glaube wir können diese dinge nur verändern indem wir wieder radikal denken uns zu trauen wieder radikal zu denken radikal zu werden das heißt nicht im sinne von gewalt das heißt im sinne von veränderung große veränderung systemische veränderung politische veränderung unser ganzes politisches system steht ja eigentlich schon seit jahrzehnten still ja unser unser verhältnis zum staat unser unser verhältnis ja von zwischen bürger und staat ist eigentlich eins was sehr sehr statisch geblieben ist und ich glaube dass sich wirklich auch so was wie macht monopole gebildet haben die halt auch dazu führen dass solche krisen entstanden sind also wir sind ja in einer unheimlichen passivität gewesen die letzten zwei jahre aber auch die zeit davor wir geben alle vier jahre mal ein zettel werfen alle vier jahre mal einen zettel in die urne und ich habe mich unheimlich ohnmächtig gefühlt in dieser zeit wo ich dachte okay oder da passiert gerade so viel und ich habe überhaupt keine kontrolle mehr darüber ja und das entspricht nicht meiner vorstellung von von einem mündigen bürger als mündiger bürger will ich will ich in diese prozesse involviert sein ich will nicht dass 700 leute in einem parlament darüber entscheiden ja wie meine ob meine kinder zur zur schule gehen ja und oder vielleicht sogar unter welchen bedingungen und in ministerpräsidenten konferenzen oder oder große medienhäuser die bestimmte bestimmte dinge propagieren dazu führen dass die die ganze welt plötzlich kopf steht also man merkte auch einfach dass da dass da ich habe wir haben einfach lange geschlafen und ich glaube dass es auch diese diese aufbruchsstimmung die leute jetzt spüren die eine ganz schöne energie so ist dass man das gefühl hat man ist irgendwie teil von etwas wichtigen wo die leute dann sagen okay ihr seid alles schwurbler und ihr glaubt jetzt ihr könntet hier irgendwas reißen aber ich glaube dass ja dass wir sind vielleicht wir sind vielleicht der beginn von wir sind vielleicht ein kleiner beginn aber alles beginnt mal klein so und ich glaube halt dass dass diese welt braucht diese veränderung es gibt so viele dinge die die ungleichheit wird immer größer wir haben so viele moralische verwerfungen die wir draußen in der welt sehen die wir aber einfach passiv hinnehmen ja und wir sind daran gewöhnt und wir sind taub geworden diese diese ganzen verwerfungen ja diese taubheit führt dazu dass wir sie akzeptieren und ich glaube wir können sie nicht länger akzeptieren und das fängt bei themen wie ungleichheit an bildungschancen armut nord süd gefälle ja unser politisches system aber auch meinungsfreiheit auch polizeigewalt ja meinungsfreiheit ja auch auch wie wir wie wir unsere medien steuern es kann nicht sein dass das das medienhäuser wirklich in den händen von wenigen leuten liegen die so eine macht haben auf diesem planeten und das ja also ich glaube da gibt es unheimlich viel zu tun und das ist halt diese energie die ich wirklich vom anfang von anfang an gespürt habe dass da gerade etwas wächst und ich weiß nicht wohin das jetzt führt aber ich glaube viele der leute die in dieser bewegung sind freuen sich eben teil dessen zu sein und es ist auch so also es ist so einfach sage ich jetzt mal sich wirklich zu informieren was tatsache ist weil ja über die ganzen kanäle die es gibt auf denen ja auch viel mist läuft haben wir auch schon festgestellt also da ist ja auch viel dabei wo man sagt irgendwie okay da sind wirklich spinner am staat aber das vieles von dem ist ja einfach also ich habe diese bilder aus dresden unter anderem gesehen wo wegen einem spaziergang hunderte polizeiwagen und tausende also wegen eines spaziergangs also spätestens da muss ja jemand mit einem klaren menschenverstand sagen moment mal hier stimmt doch irgendwas nicht also es ist ein spaziergang und man hat schon auch im vorwege ja immer wieder auch sehr renommierte aerosolforscher zum beispiel befragt ihr gesagt haben es ist faktisch keine gefahr sich draußen anzustecken das sind das sind ja das sind ja die wissenschaftlichen also das heißt das was daraus gemacht wird kann man ja mit zwei drei recherchen jeder einzelne ganz einfach entlarven ja weil dafür braucht man doch auch kein wissenschaftler also ich finde auch so ein bisschen dass wir zurückkehren zur selbstverantwortung und man auf seine eigene intuition hört also man ist doch irgendwie selbst kann man doch irgendwie einschätzen das doch wie mit der sturmwarnung die jetzt kam also ich bin von köln gekommen und wusste jetzt halt nach gestern und heute auch nicht fahren die züge oder und man geht raus und dann hat man ein gefühl was für ein sturm herrscht denn da gerade glaube ich den medien die waren und die schulen schließen da denkt man ja oh gott jetzt gleich hier wird mir das haus über dem kopf weggefegt und da geht man raus und dann gibt es so ein paar bönen die dann baum oder ein ast ab von einem baum abreißen die auf dem gleis landen und so man denkt aber das ist doch das was ich was ich körperlich wahrnehme und dafür braucht es kein wissenschaftler also zurück zur eigenen wahrnehmung und intuition würde ich sagen ja und dafür ich glaube das fehlt auch einfach an also gerade da wo unsicherheit herrscht was ich halt auch merke ist dass wir unbedingt andere formen der organisierung brauchen also die bürger brauchen andere formen möglichkeiten sich auch zu organisieren ich habe so das gefühl auch in dieser bewegung wir sind ja unheimlich viele ja es gibt wahrscheinlich millionen von menschen die dagegen sind was gerade passiert aber uns fehlen irgendwie mittel auch diesen 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 protest zu kanalisieren ja und ich habe manchmal so das gefühl wir gehen auf die straße und ich liebe diese energie aber es ist halt auch so ein bisschen so ein mittelalterliches so eine mittelalterliche form des protests ja wir stehen halt wir stehen halt globalen sozusagen konzernen und regierungsstrukturen die organisiert sind mit polizisten in kampfmontur und kontrolle der öffentlich rechtlichen medien also ich habe so das gefühl die menschen haben ja eigentlich eine totale macht ja wir sind ja sozusagen die basis unserer bevölkerung ist ja ist ja sozusagen der motorraum unserer wirtschaft so aber diese menschen haben ganz wenig zu sagen ja und es sind sie denken sie haben wir sie haben ja jeder hat ja eine stimme aber er muss sie eben auch nutzen genau und da ist halt die frage wie wie geht das heutzutage und ich glaube das ist eine der kernfragen wie kann man eben auch seine stimme nutzen weil die politik bietet uns da ja nichts an ja die bietet uns eben diese wahlen an und wirft mal irgendwelche meinungsumfragen raus von denen man nicht wirklich weiß ob woher die jetzt kommen so und da da glaube ich halt brauchen die die menschen auch wirklich möglichkeiten ihren 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 willen irgendwo auch zu artikulieren ja aber aber ich meine letztendlich also so verstehe ich das zumindest sind ja jeder und also das tun was er tun kann du hast zum beispiel mit gewann hat zusammen einen song gemacht da sind spaziergang und das emotionalisiert leute ja und und bringt leute dazu die die vielleicht bisher gesagt haben nee ich bleibe zu hause und gucke netflix raus zu gehen und was eigenes auf die beine zu stellen ja und und dadurch entsteht ja überhaupt eine graswurzelbewegung also also von daher ich weiß gar nicht ob dieses kanalisieren am ende nicht wieder dazu führt dass man auch ganz viel energie verliert sehe ich genauso also ich merke das jetzt auch was in den letzten wochen passiert ist also mit unserer kleinen sehr so ein bisschen aus dem trotz auch entstanden weil weil wir irgendwie das gefühl hatten wir wollen auf die straße gehen dann war irgendwie alles verboten dann wurden wir eingekesselt wir waren da mit kindern und so und dann haben wir etwas eigenes gemacht und und unsere letzte kundgebung die war auf einmal so groß und sah auch groß aus das hat aber glaube ich nur 300 euro gekostet oder so weil irgendwie leute kamen und gesagt haben ich bringe euch das ich mache das und das ist ich weiß nicht was daraus passiert aber mich berührt es gerade total dass wir eben das system da auch so ein bisschen umgehen weil die leute einfach jeder gibt zu ihrs wir wissen nicht was passiert aber ich finde es kann sogar sein dass wir in einem jahr zurückgucken und sagen das war sehr geil was gerade passiert ist weil es eben so frei ist was auf jeden fall und ich glaube wir sind auch gar nicht so klein weil also ich schaue gerade diese live streams aus kanada und ich feiere das ist so schön was die da auf die beiden also sie haben einfach die gesamte stadt da besetzt mit ihren trucks bei minus 30 grad sind die da spielen eishockey auf der straße feiern partys da kommen ständig leute mit unterstützung haben wohl bemerkt alle kanada fahren das dürfte in deutschland ja nicht mehr gestattet aber und dann schwappt es über nach israel dann in jerusalem sind dann bilder in frankreich geht es und auch da werden wieder so krass mauern eingerissen weil wenn man sich die bilder anguckt es werden es umarmen sich daher leute es liegen sich leute in den armen die sich sonst wahrscheinlich nie begegnet werden weil deren welten einfach so weit voneinander entfernt sind die vielleicht sogar sich mit einem misstrauen begegnet werden oder so und das hat so ein potenzial ich finde ich finde das total schön was da passiert ich aber ich muss halt auch kritisch anmerken dass sage ich mal diese maßnahmen oder diese aktionen die die menschen da machen jetzt glaube ich nicht besonders effizient sind in bezug auf das ziel was die menschen erreichen wollen nämlich freiheit und ich glaube also da findet ja sozusagen konstant eine verhandlung statt zwischen dem bürger und den und den regierenden und ich sage mal ich würde mal sagen 1 zu 0 für die regierung so die ersten zwei jahre wäre so mein fazit also es wurden irgendwie viele geimpft die die impfung nicht wollten es wurde viel verboten es wurden viele gesetze des unseres grundgesetzes massiv gebrochen und von daher bin ich total bei euch wenn ihr sagt okay das ist das ist schön was da passiert das ist dieses woodstock feeling und ich bin all in und ich liebe es auf demonstrationen zu gehen und 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 die songs zu bringen oder jetzt sehe ich aber anders tatsächlich also es kommt ein bisschen darauf an von welcher freiheit du redest ob du jetzt die kurzfristige freiheit meinst in bezug auf die ziele und forderungen die man jetzt so hat wenn man auf diese demonstration geht oder ob du von etwas redest was jetzt aus dem entsteht was was viel längerfristiges ist weil ich habe das gefühl so einige sagen ja irgendwie nach einem freedom day oder so dann ist es endlich wieder normal aber ich habe das gefühl diese normalität die wird gar nicht mehr eintreffen es ist zu viel passiert es wurden zu viele grenzen eingerissen es werden zu viele begriffe einfach hinterfragt so wie ich jetzt zum beispiel sage mit dem ich komme aus dem sehr links grün lager und ich denke da gerade sehr um liebäugel mit ganz anderen werten für mich persönlich und ich glaube dass das sehr viel in den menschen begegnen bewegen wird so also ich habe zum beispiel früher überall nazis gesehen muss ich ganz ehrlich sagen ich war ich war da voll dabei bei dem framing sobald jemand mit irgendwas kam was irgendwie in die richtung geht ich sehe immer noch überall aber ich sehe sie jetzt halt auf der anderen seite ich glaube ich glaube ich glaube ich ja gut das kann man so sagen genau aber ich glaube das ist jetzt politisch ist jetzt nicht politisch korrekt ausgedrückt und ich finde es eigentlich auch nicht gut diese sprache zu benutzen weil das ein sehr brutaler begriff ist aber ich finde wenn man sozusagen vergleichen will wer wer ist jetzt näher an diesem ja an diesem konzept des faschisten ja da muss ich einfach sagen ist es einfach die gegenseite so es gibt dieses sprichwort wenn der faschismus wiederkehrt wird er nicht sagen ich bin der faschismus sondern der antifaschismus das ist das was du meinst richtig richtig wenn polizisten ja sozusagen kinder pfeffer spray in die augen sprühen wenn überall leute niedergeknüppelt werden ja wenn bürger nicht mehr vor die haustür dürfen wenn wenn sich millionen menschen experimentelle impfung spritzen lassen also für mich für mich und das jetzt mal auf weltweit bezogen ist passiert ja auf jeden fall also es ist ja auch lächerlich zu behaupten dass die nazis irgendwie so eine truppe von schlägern sind die auf der straße rumpöbeln und irgendwie ein paar ausländer vertreiben wollen die nazis wenn wenn man wieder bei diesem konzept bleiben will ist sind hoch organisiert sind sozusagen großkapital sind sind ja sind 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 vernetzt ja also das ich finde da fehlt irgendwie auch so ein bisschen das geschichtsbewusstsein der leute und die graustufen dazwischen also also da sind wir wieder bei den schubladen naja aber das waren doch die großkonzerne die hier die waffen gebaut haben in deutschland das waren die großkonzerne die irgendwelche vernichtungslager hergestellt haben das war keine ahnung ich bin da jetzt nicht super belesen aber das war eben da gab es dann grob mercedes benz diese ganzen diese ganzen player die im prinzip jetzt auch mehr oder weniger mitspielen bei dem was passiert ja so und heute heute heißt es dann irgendwie biontech und die die haben halt profitinteressen damals war es die waffenlobby die auch wahnsinnige profitinteressen hat und eine ganze wirtschaft antreiben kann so also wenn man einfach mal da ganz nüchtern guckt woher kommen solche impulse ja dann dann muss ich eben wirklich sagen dass 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 diese schlimmen begriffe ja und ich mag diese vergleiche nicht aber die gegenseite kommt ja immer mit dem vergleich und sagt ihr seid irgendwie auch nicht vergleichen man soll es auch nicht vergleichen es ist es ist es ist einfach aber es ist eine energie die da ist die ja die sich komisch anfühlt und wo wir ja dieser gleichstritt diese gleichförmigkeit die masken dieses wenn du aus der reihe tanzt dann bist du irgendwie bist du ausgegrenzt dann wirst du ausgegrenzt das sind das sind alles kennzeichen diese dieses totalitarismus und nennen wir es einfach menschenfeindlich es hat ja auch mit nazi hin oder her gar nichts zu tun wir sind jetzt so auf diesen begriff gepolt aber es hat doch was einfach zu tun mache ich also mit mitmachen oder halt nicht mitmachen und das ist weil ich habe letztens noch eine dokumentation ganz schön und ich glaube auf arte lief die über die nazizeit gesehen also ging es wirklich um diese massenerschießungen ja also ich meine da steht ein mensch und schießt auf ein kind oder erschießt ein kind und die hatten haben sie dann herausgefunden die hatten alle die möglichkeit nein zu sagen die wurden vor also so ging es um diese massenerschießungen in polen und die hatten alle die möglichkeit sie wurden quasi vorher gefragt wollt ihr mitmachen also mitkommen oder und die hatten alle die möglichkeit ohne konsequenzen befürchten zu müssen zu sagen nee ich bleibe lieber da und dann haben sie festgestellt dass die angst vor dieser sozialen verächtung oder ausgrenzung weil dann ist man ja der feigling und dann hat man im rücken okay wenn ich es nicht mache muss es der nachbar machen und so dass sie es durchgezogen haben aber das finde ich so interessant die hätten alle nein sagen können und ich finde mir geht es weil diese begriffe ich finde es ja andersrum viel krasser dass sie uns demonstranten und und wirklich ich meine ja also gut nennen mich nazi mir halt wurscht aber es ist ja so absolut ich will mich auch gar nicht hinstellen und sagen es stimmt aber nicht und giovanna ich bin keiner es ist mir so fern und so blöd dass ich nicht mehr ich habe gar nicht damit in er war gar nicht als sie mich dann mit foto bei facebook und so das hat mich letztes jahr vor zwei jahren schon ziemlich getroffen aber ich finde es sie werfen uns ja vor dass wir irgendwen verhöhnen und irgendwelche opfer und blablabla ich finde es viel krasser leute wie uns nazis zu nennen das ist die eigentlich die opfer verhöhnen weil wir wirklich nachdenkliche reflektierte studierte ausgebildete mit fühlende also wirklich mit mit gesellschaftlichen fragen beschäftigte menschen sind jeder altersklasse und sie nennen uns nazis ist die krasseste verhöhung eigentlich dessen was passiert wenn die nazis damals so gewesen wären wie wir jetzt und die menschen im widerstand dann wäre das eine glücksbärchen konfetti veranstaltung gewesen also das ist so eine verharmlosung was da passiert tatsächlich und so rum wird finde ich ein schuh draus welche 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 wir haben du hast es eben angesprochen die politik dass wir auch die verbindung zur politik verloren haben überhaupt zum start wir haben alle irgendwie vier jahre gedacht wenn unser kreuz mal unserer komfortzone bleiben können ich meine ich möchte noch mal ein zitat bringen von unserem alten und auch wieder neuen bundespräsidenten der gesagt hat der spaziergang hat seine unschuld verloren also damit sascha ja für mich ist das eine absolute demokratiefeindlichkeit und ich finde es beschämend dass unser bundespräsident solche worte ausspricht ich finde es auch beschämend dass er davon spricht dass das der bundeskanzler scholz sagt unsere gesellschaft sei nicht gespalten und ja aber ich glaube eben wirklich auch dass diese dass das diese politik diese macht systeme diese großparteien die können eben auch nicht anders ja die sind halt auch die halt klammern sich halt auch an ihrer macht fest und verteidigen die sozusagen bis aufs letzte ja und für mich hat diese ganze krise halt auch so einen kriegscharakter ja da wird immer da gibt es immer durchhalteparolen und immer weiter und der feind muss bekämpft werden und so ja wenn man den krieg irgendwie gewinnen will dann muss man halt auch so vorgehen und dann muss man halt auch die aufsätzigen niederschimpfen bis zum letzten und ich glaube das machen die ja und für mich ist einfach die große frage können wir das irgendwie geschichtlich aufarbeiten können wir gibt es werden wir da konsequenzen sehen weil die die werte unserer demokratie sehe ich als verraten an und ich spreche auch immer davon ich finde ich finde interessant dass dem so wenig beachtung geschenkt wird aber unser grundgesetz ist ja ein gesetz ja diese diese gesetze wurden massiv gebrochen teilweise die wichtigsten gesetze natürlich gibt es da irgendwelche ausnahmeparagrafen aber man muss sich das mal überlegen es gibt keine gerichtbarkeit für die wichtigsten gesetze unseres unseres landes ja also wenn ich hier jetzt irgendwie was weiß ich im restaurant meine pizza nicht bezahle ja dann steht im schlimmsten fall die polizei am nächsten tag vor der tür so ungefähr aber aber unsere politiker können da schalten und walten wie sie wollen ja und können massiv gesetze brechen und halt auch das ganze thema gewaltenteilung ich meine das ist ja ein witz was die gerichte hier gemacht haben in den letzten zwei jahren von daher ich für mich ist das wirklich so ein ganzer komplex aus medien aus politik aus aus konzernverflechtung aus lobbyismus so ein richtiger moloch der habe auch halt entstanden ist weil wir die ganze zeit ein wirtschaftliches wachstum hatten seit jahrzehnten und dann kann sich sowas auch bilden weil alles so läuft dann können dann können die dann kommen wir halt auch in diese passivität rein ja aber aber wenn also wir sind uns alle darüber einig gewalt ist nicht die lösung kann ich die lösung sein wird nie die lösung sein du als antigewalt trainerin was hast du eine idee was ja ja also ich hätte sehr viele viele jahre gemacht und ich es wird auch wieder irgendwie moment geben ich weiß noch nicht in welcher form ich habe in diesen in diesen runden mit diesen gewalt straftäter das ist auch so ein wort aber wie auch immer ich habe haben wir immer am anfang und am ende eine runde gab dieses talking stick so und das heißt dass dieses prinzip einer bekommt und dann darf er reden und gibt dann sieht genau und ich hatte eigentlich in diesen ganzen also in diesen projekten die wir gemacht haben immer nur so ein paar regeln erstmal ich wollte nicht teil des systems sein also du bekommst immer dieses okay erzähl was über die gefangenen dann kriegt ja auch mehr geld und so ich sag nie möchte ich nicht und ich möchte dass die freiwillig kommen das heißt die die straftäter die wo ich will auch nicht dass die geld bekommen dann sonst lieber weg bleiben und dann dieses talking stick heißt die regel war jeder rede so lange wie er reden möchte nur über sich er darf die anderen nicht abwerten und die anderen müssen wirklich zu halten müssen zu hören müssen auch das aushalten einfach mal hören und das haben wir am anfang und am ende gemacht und dann war das andere noch wir haben mit den leuten gearbeitet das macht mich toll wenn man sich wirklich irgendwie wenn man den leuten aufmerksamkeit gibt es gibt ja ganz da sind halt auch menschen genau wie drin trifft man eigentlich draußen man trifft überall die gleichen menschen und dieses prinzip von du gibst dem anderen darfst den anderen nicht abwerten wir geben dir wirklich die möglichkeit dich auszudrücken und du musst dem anderen zuhören das heilt ich glaube es geht um heilung und sich gegenseitig zu und ich glaube das ist das was fehlt deshalb kann ich jetzt persönlich auch keine talkshows ertragen deshalb mag ich euer format sehr ich gucke das auch oft weil man sich halt gegenseitig zuhört und auch aushält dass der andere anders ist es doch wunderbar dass leute andere meinungen haben das brauchen wir zum gestalten weil diese gleichmacherei wo die 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 ist furchtbar langweilig deshalb glaube ich auch ehrlich gesagt keine sekunde ich gehöre zu den wenigen total optimistisch sind ich finde es super was passiert weil es war ja schon vorher ging das schon nicht also unsere kunst war eingesperrt die kinder war schon vorher eingesperrt die masken die kommen jetzt nur obendrauf ist was die den kindern mit den masken an und es wird auch mal klar was auch weltweit mit den jahren passiert auch das wird ja flappt ja überall und was die kirche teilweise so viele bereiche diese ganze da muss gerade einfach an die oberfläche genau das ist alles sind alles alles irgendwie weiß ich nicht irgendwie sind die alle so eingesperrt und ich würde mal sagen korrupt und es kommt halt alles so graus gerade das was mich die ganze zeit gestört hat und ich glaube in dem also wenn ich wenn ich wenn ich diese kurse machen geht es für mich um innere freiheit ich glaube die heilung und auch das mittel gegen gewalt ist innere freiheit dass man sich selber kennenlernt und und das unser system was ja meiner meinung nach kaputt ist sich gerade zeigt finde ich angemessen ich möchte auch mal einen begriff reinwerfen weil der hier im vorgespräch immer wieder viel widerstands paranoia da hat mir gesagt da könnt ihr stundenlang drüber sprechen stundenlang wollen wir das jetzt nicht tun aber sascha ja also das fing halt schon an hier mit der sonnenbrille und dem bandana sage ich mal das ist einfach wenn man wenn man sich so massiv in den widerstand begibt und sei es jetzt musikalisch oder einfach nur in dem was man halt nach außen kommuniziert dann 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 macht man sich ja auch ein stück weit zum zum staatsfeind also kein kein klassischer staatsfeind dass der staat jetzt sagt okay du bist du bist böse aber man man spürt einfach dass man ständig mit dem kollidiert was gerade offiziell gilt ja und das führt dann einfach dazu dass man halt auch überall oder man ist ja dann auch auf demonstrationen wird festgenommen und wird kontrolliert und wird zensiert ja also es gibt ja auch diese reale dieses reale element dass man wirklich spürt die konsequenz genau mit dem arbeitgeber etc und das führt dann halt auch ein stück weit dazu dass man ja dass man halt überall auch das so ein stück weit sieht bei mir hat das jetzt zum glück nicht das ausmaß dass ich nicht mehr normal leben kann aber das ist das ist anstrengend also es ist anstrengend sich sich im widerstand zu befinden und meine songs sind ja auch extrem kontrovers von verbrechern regiert rechtsextrem fake news media das sind alles songs die ja die könnte man jetzt nicht im radio spielen ohne dass der der radiosender wahrscheinlich am nächsten tag irgendwie seine lizenz verliert und von daher ist das schon auch stellt sich da so eine gewisse paranoie ein aber wir hatten da auch mal kurz drüber gesprochen dass man auch so ein bisschen paranoid wird im widerstand wenn man natürlich gezwungen ist sich von so vielen glaubenssätzen von so viel was man gelernt zu verabschieden und man schwimmt so ein bisschen plötzlich im nichts das vertrauen ins system oder so alles ja alles woran man geglaubt hat der freundeskreis gestellt komplett und da wird man einfach ein bisschen paranoid man man verliert so ja man verliert das vertrauen einfach in alles was man kannte man muss sich einfach komplett neu orientieren und neu sortieren wenn man weiß dass die tagesschau also sozusagen das seriöste medium in deutschland aus einer demonstration am 1.8 die total friedlich war die total demokratisch war die total weltoffen und progressiv war 2020 einen nazi aufmarsch macht sturm auf auf den bundestag ja und ein angriff auf unsere demokratie dann 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 wird einem erst mal bewusst was für eine macht diese medien besitzen und was sie auch für bilder in den köpfen der leute erschaffen können das war für mich echt so wow warte mal das heißt im prinzip jetzt muss ich eigentlich alles neu bewerten was ich jemals von diesen leuten serviert bekommen habe und das führt natürlich dazu dass man ja in diese ein bisschen in diese widerstandsparanoia kommt und das ist dann wie gesagt auch echt anstrengend weil man kann ja diese medien nicht mehr wie vorher also ich habe mit meiner mutter jahrelang die hat 20 uhr tagesschau angeschaltet und die ganzen kriege die man erlebt hat die großen krisen ja die muss man ja im prinzip jetzt aus einem neuen licht bewerten weil man sieht hautnah wie in einer realen krise die man eben so ein bisschen entblößt hat für sich da auch manipuliert wird feline um noch mal auf den aspekt zurückzukommen weil widerstand ist ja nicht nur der spaziergang sondern auch die kunst alles auf den tisch ist ein projekt gewesen du bist da auch extrem aktiv und und bringst künstler zusammen machst veranstaltungen wie nimmst du das im moment war also kommt aus der richtung jetzt in zukunft mehr oder bleibt das so verhalten wie ist da der zuspruch meinst du alles auf den tisch oder ja nicht nur alles auf den tisch grundsätzlich also also das gefühl weil es war ja so eine zeit wo da wird dann ja auch immer wieder ein exempel statuiert und also dann wird das auch alles in die ecke gestellt und aluhüte rechts was auch immer darüber mit schott schon so viel geredet aber mich würde mal interessieren also siehst du da irgendwie licht am ende des horizonts dass da in der kunst mehr passiert ist den sonnenaufgang also ich bin das ist schön zu hören aber das wollen wir dann ja auch ich habe es ja gerade erlebt dass ich habe ja mit meiner kollegin martha murwal wir haben ja die künstlerinitiative gegründet vor einem jahr knapp knapp im mai haben wir jubiläum und wir haben kunst und kultur festival organisiert unter dem titel wir spielen weiter was ja auch wenig thematisiert wird von also in der letzten sendung wo ich mit gabriele gysi und julia neigl und wir hatten ja das thema damals schon genau was ist mit den kollegen warum schweigen so viele und sprechen nicht aber bringen dann die stücke auf die bühne das hat sich ja nichts geändert kirsten könig war noch dabei könig genau und das heißt du hast ja und bringt es auf die bühne also ihr seid dann ins tun gekommen in handeln gekommen genau und wir haben halt gesagt wir spielen weiter wir lassen uns die kunst nicht verbieten und auch nicht also unsere werte verbieten und wir stellen jetzt was auf die beine und das haben wir gemacht ende januar war ein sehr schönes festival musste aber nach der hälfte abgebrochen werden wegen den verleumdung die man kennt also wir haben jetzt gerade gestern für radio münchen interview gegeben zu dem thema und da kommt dann auch noch mehr und so wir sind wir haben sie mit alles auf den tisch haben sie mit querdenker folklore betitelt es ist es ist so absurd weil ich meine spricht man da über journalismus oder was leute geht doch mal auf die seite der kampagne und ihr seht dass oscar lafontaine dabei ist dass sarah wagenknecht dabei ist dass christina schröder ehemalige familienministerin dabei ist eben das gabriele gysi auch dabei ist das verstehen ihr sowieso aber jetzt mal die die wirklich abgeordneten die ich will gar nicht sagen höheren weil irgendwie ist diese hierarchie auch nicht mehr da von meiner betrachtung aus aber dass die mitgemacht haben und und dann gab es mit verhöhung der opfer des nationalsozialismus weil sich ein kollektiv bezogen also in ihrem manifest einfach nur die worte entartete kunst formuliert hat also zitiert hat und das ist so absurd und das festival wurde abgebrochen und gut ist alles auf den tisch videos nach wie vor gelöscht mit professor hadic also das ist auch damit aber nur bei youtube also nicht nicht auf unserer seite da wo wo die wo jemand der zersieren kann zensiert das ist seitdem gut aber ich wollte gerade sagen auch da tun sich ja alternativen gerade auf auch da ist es am ende ist es ja immer wieder dieses ins eigene handeln kommt was aufzubauen und vielleicht ist es dann auch erst mal für einen moment eine gewisse parallel gesellschaft und die angst verlieren finde ich ja also dieses angst geleitete einfach mal weg zu hauen weil ich finde wir sind auch ich meine unser leben ist so kurz und ich finde es ist auch eine zeitverschwendung irgendwie auch nur einen tag in angst zu verbringen weil irgendjemand sagt du darfst das nicht sagen das hat der lauterbach doch gesagt hat gesagt während eine pandemie ist kein zeit für lebensfreude oder so ja ich meine da ist einfach verrückt darf man das sagen darf man das ja ja ich glaube es wäre gut wenn er mal in behandlung gehen aber das würde ich ihm wirklich von herzen wünschen wie gesagt aber aber ich meine das leben ist einfach wirklich sehr 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 kurz und statt die chance zu nutzen und selbst wenn wir uns ja alle irren und 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 total bullshit erzählen das sage ich auch das ist das ist doch total okay ich habe auch ich habe solche gespräche habe ich auch mit 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 freunden die 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 mit denen ich auch noch gut reden kann die wirklich auch eine andere meinung vertreten wobei sich das teilweise jetzt auch langsam ändern weil sie merken vielleicht hattest du doch recht ich will nicht sagen siehst du siehst du siehst du ich hatte nur von anfang an befürchtungen und ich sage viele leute die das alles mitmachen die haben die gleichen werte wie ich also ich kann nicht sagen die sind alle idioten das stimmt ja einfach nicht es gibt diese denunzianten es gibt so mitläufer aber ich kenne sehr viele leute die ich sehr mag die das auch alles mittragen aber das anders die situation anders bewerten und es ist auch ihr gutes recht und ich sage dann immer okay es kann sein dass das das so dass ich irgendwann sage jetzt war totaler quatsch gibt es dann gerne zu ich habe total gesponnen ich habe paranoia geschoben aber ich mag dich doch trotzdem noch und dann müssen wir doch hinkommen dass das möglich ist und ich finde es vor allem schön auch also zu sagen möglicherweise irren wir uns hier auch und das auch zu zugestehen und aber auch zu sagen wenn jemand irgendwie keine ahnung warum lässt man jemanden der sagt der die erde ist ein würfel nicht sagen die erde ist ein würfel und werden der tausend leute findet die sagen die erde ist ein würfel also das ist glaube ich dieses diese am ende ist es es geht nur darüber über unser herz und nicht mehr über unseren verstand und und wenn das herz die meldung gibt es passt das habe ich halt in den letzten jahren so stark auch empfunden und auch diese transformation jetzt fällt mir fast der knopf aus dem ohr mitmachen dürfen dieses ich bin total verstandesgesteuert gewesen und kann jetzt meine intuition plötzlich wieder fühlen und abrufen und es wird immer stärker und es wird immer besser und es fühlt sich einfach richtig an und das ist genau das auch was du sagst man kann mir dann auch irgendwie sagen du bist das oder das oder das es geht mit mir nicht mehr in resonanz ja absolut und und wenn es das nicht tut gehe ich auch nicht in den kampf ich gehe nicht in die gegenwehr ich bin nicht dagegen sondern ich nutze meine energie dafür was positives aufzubauen und zu sagen macht ihr eures aber ich möchte so nicht und 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 ich glaube na wir planen das nächste festival und dann schafft ihr drei viertel oder diesmal ganz ja mal gucken ich bin zuversichtlich wir schaffen ein bisschen mehr als jetzt aber wir haben ich meine das ist ja auch also wir hatten ganz ganz tollen samstag wir hatten elf stunden lang programm und es war so schön es waren so tolle künstler kollegen also zuschauer alle waren begeistert also das kann uns keiner nehmen also das was du meinst mit die angst verlieren wir sind also was heißt risiko aber wir haben gesagt wir machen jetzt dieses festival und hatten auch kritische beiträge dabei und das ist so gekommen ist mit den anschuldigungen so what okay aber diesen samstag kann uns keiner nehmen und der stiftet noch viel mehr an dann impulse zu setzen wieder was mehr zu kreieren und so also und der gibt auch anderen mut dann auch was zu machen ja das ist immer glaube ich diese vorbild funktion dieses leuchtturm sein dieses einfach machen und und andere dazu motivieren eben auch tätig zu werden ich meine warum sind wir dann irgendwie auch künstler geworden irgendwie um irgendwie den nächsten drehtag um dieses um jedes um um redakteur kennenzulernen also ich kenne wirklich sehr nette redakteure bei allen sendern aber aber es wir müssen doch mal wieder zu unseren eigenen grundfesten kommen was will ich eigentlich erzählen das finde ich gerade total spannend irgendwie mich selber zu fragen okay was mit wem möchtest du eigentlich arbeiten nur weil keine ahnung wie die 2g 3g 5g was weiß ich was sie sich jetzt ausdenken ich vielleicht jetzt gewisse sachen nicht mehr machen weiß ich nicht frage ich mich vielleicht was also deshalb höre ich doch nicht auf künstlerisch tätig zu sein im gegenteil ich merke irgendwie auch in meinem umfeld kennt viele leute die sich vielleicht nicht so raustrauen aber es gibt sehr viele künstler die sehr so denken wie wir aus irgendwelchen gründen nicht nach vorne gehen aber es ist auch völlig okay ist auch nicht jedermanns sache aber ich habe ich denke auch jetzt kannst du vielleicht mit dem was machen oder mit der oder oder wir machen jetzt einen film oder ein theaterprojekt ich freue mich gerade total das schöne kommt und das schöne ist ja auch dass dadurch neue leute mal nach vorne kommen können ja aus der aus der künstlerischen szene ja also ich merke es gerade auch im hip hop genre wo ich jetzt tätig bin dass also 2020 habe ich halt viel auf demos bin ich aufgetreten ich war so einer von ganz wenigen ja und die ganzen anderen mainstream rapper saßen halt alle zu hause konnten ihre auftritte nicht mehr spielen spielen und es war halt auch geil war halt auch geil einfach da auf demos spielen zu können das war eine opportunity die mir diese krise gegeben hat oder wie wir mit den rebellions die auch getroffen habt ihr ein sehr geiles lied ich mache da nicht mit veröffentlicht haben mit xavier naidu also da ergeben sich dann einfach neue konstellationen neue ja auch einfach neue frische gesichter die irgendetwas artikulieren was halt die alten nicht mehr in der lage sind zu artikulieren weil sie wissen bohr dann bricht hier mein ganzes mein mein ganzes mein ganzer status meine ganze karriere bricht dann zusammen und ich finde diese leute die jetzt hervorkommen ich finde die einfach alle absolut genial und ich glaube auch dass viele von denen sind dann halt ja vielleicht in ein zwei vielleicht fünf jahren sind auch die leute die dann vielleicht ihren platz im mainstream verdient machen weil sie einfach jetzt eier und courage gezeigt haben in einer zeit wo halt alle sich weggeduckt haben aber das ist auch das was man interessant findet und künstlern oder also das war das daran reiben und auch mal der skandal und das gehört ja auch dazu also das also einfach auch wirklich der künstler der auch mal es ist ja verrückt wenn man mal so will dass es eben heute als künstlern skandales auf den spaziergang zu gehen werde das gedacht dass das ausreicht unschuldig der spaziergang ist auch nicht schuldig also das hatten wir in der letzten sendung da wo es ja auch um kunst oder kulturwirtschaft ging welche rolle spielt denn der künstler die frage also was ist denn warum bin ich denn künstler warum habe ich mich für diesen weg entschieden und das ist nach wie vor also das was ich interessant finde sind die leute die irgendwie courage beweisen in der situation also nicht immer nur ich schreibe texte zu courage und zu irgendwie aufstehen und widerstand und mut und diese ganzen werte die man kriegt das auch ja ich finde schon das hat eine gewisse integrität und authentizität wie heißt das wort und aber auch diese also wir hatten es ja auch dann in der sendung über die remonstration ich bin ich bin nicht schwarz weiß sondern blau schwarz die remonstrations pflicht für künstler wie es für beamten gilt also das war ich finde ja immer so man hat sucht ja gerade den weg in die kunst um sich mit gesellschaftlichen veränderungen entwicklungen phänomenen auseinanderzusetzen daher kommen ja auch die ganzen texte stücke werke zu zu den werten die wir so hoch halten seit jahrzehnten ausgrenzung haben darf man nicht aber gewissen ist das jetzt in ordnung und so das ist da irgendwie finde ich also es ist und ich habe für jeden verständnis für seine situation ja also ich habe das außer herrn drosten nicht entgegen dem habe ich mal geschrieben das hat ganz gut getan aber okay aber aber jetzt tatsächlich ja also ich habe ihm geschrieben es gab dann er hatte mir okay wir wiederholen das jetzt nicht noch mal weil wir sonst weg piepen müssen aber ja okay da habe ich die geschichte erzählen natürlich er hatte mir im mai 2020 schon eine e mail geschrieben also geantwortet auf eine von mir und schrieb dann liebe frau konrad bitte glauben sie mir ihre informationsquellen sind falsch und schauen sie bitte in die usa und nach russland und demnächst auch nach afrika herzliche grüße was weiß ich und dann kam jetzt also warf mir quasi vor ich bin nicht richtig informiert und dann gab es jetzt in cicero in dem magazin ein artikel dass er wohl bestätigt jetzt dass in wuhan im labor das ist jetzt irgendwie da nicht ganz so ungefährliche geschichten gelaufen sind und ich war so wütend weil er mir geschrieben hat frau konrad also so in dem fall hat mich nicht wirklich getriggert aber jetzt dadurch dass es quasi bestätigt ist dass die informationen ja doch nicht ganz so falsch da ich war ich dachte du bist einfach also und das habe ich natürlich auch nicht freundlich muss ich sagen das war nicht meine absicht freundlich zu sein also da sind wir beim skandal sind wir auch mal wütend ja und es ist auch gesund dass man raus also ich meine weiß ich nicht ist nett nicht und dann gab es auch so eine stimme im kopf mensch ich meine ist auch ein armer kerl so auch gemein jetzt irgendwie ebenso einfach ich kenne ihn ja gar nicht aber und er antwortet darum ging es ja er antwortet dann und schrieb liebe frau konrad oder hallo frau konrad weiß gar nicht mehr ich glaube liebe frau konrad auch wenn sie so unflätige ausdrucksweise wählen irgendwas so bezeugt sich da anscheinend auf den begriff oder die bezeichnung ja ich sei einer verleumdungskampagne auf gesessen wieder erneut und und er könne ja quasi auch nichts dafür dass ich immer noch diese aber aber ich muss sagen also ich noch mal das format hier heißt fairtalk und wir sind damals angetreten und gesagt also wir machen das hier weil wir auch mit ihm sprechen also wir haben ihn mehrfach eingeladen er ist bisher nicht gekommen aber bei mir nein aber nein mir geht es einfach darum tatsächlich mit menschen zu sprechen und sie zu verstehen und das ist ja genau der punkt von sabine die leute müssen unbedingt an einen tisch kommen und es wird aber mit allen mitteln vermieden ja ich freue mich auch immer jetzt gab es ein shitstorm von der antifa wegen meinen neuen songs und ich will dann immer kommentieren und mit den reden und irgendwie in dialog kommen aber die leute wollen das überhaupt nicht also es ist diese gräben die sind so die sind so tief und das das ist halt dann auch ja laut herrn scholz gibt es keine spaltung das ist das gefühl habe ich aber auch keine spaltung und keine rote linie es geht so ein bisschen um comfort zones ich habe auch das gefühl niemand hat ein interesse daran diese bubbles wirklich aufzulösen das ist ja auch finde ich so ein bisschen dieses thema mit der kontaktschuld die ja auch momentan so ganz groß ist dieses okay wenn du zum beispiel auf einer bühne sprichst bevor die jemand gesprochen hat der als rechtsradikal betitelt wird oder so warum ist das jetzt ein problem warum ist das nicht er warum hat das nicht eher ein großes potenzial dass man die gleiche plattform nutzt und und die menschen anspricht die dem vorher zugehört haben ist das nicht was was total entwaffnend sein kann richtig sprich zu kommen einander positiv zu beeinflussen und so weiter und so fort wenn die ganzen nazis jetzt mit einer johanna winterfeld und einem schwarz weiß auf der bühne mitrufen bei meinen songs ja was sind das denn dann noch für nazis also die leute sehen halt auch nicht das verbindende element man hat dann viel von dieser querfront gesprochen hat gesagt oder braut sich was zusammen das ist brandgefährlich ja und ich fand das ich fand das von anfang an geil ich habe gesagt da laufen verschiedenste menschen zusammen vereint für eine sache und das ist doch was positives also und das entwaffendste was es gibt menschen in die augen zu gucken also oft ist es ja was er bauer nicht kennt frisst er nicht so die angst vom unbekannten die überhaupt dafür sorgt dass man so krasse feindbilder hat oder so was projiziert das kann man ja auflösen indem man sich einfach begegnet auf herzen so ein bisschen so zu akzeptieren was du eben gesagt dass mit wenn jemand nicht sprechen will dann kannst du halt auch nichts machen außer den menschen da in aller freundlichkeit und liebe da sein zu lassen wo er ist also wobei ich auch manchmal denke mit freundlichkeit kann man auch nicht also manchmal kriegt man auch nicht ich glaube ich glaube wirklich dass das wer auch immer das ist also diese links ich weiß nicht wer da so uns da so bekämpft aber der graben der da ist der wird von diesen leuten die brauchen dieses feindbild das ist nämlich das ist total irre weil also durch mal die in der im knast wie gesagt ich hatte zwei jahre lang in so einem in so einem knast gearbeitet wo fast nur rechtsradikale waren das war wirklich so ein faschoknast irgendwie das war auch damals irgendwie wenn du da nicht die glatze hattest dann hast irgendwie ärger gekriegt wo war das in drietzen frausberg bad freien walde so ein jugendknast und es war auch jetzt auch schon an um die 2000er da war das auch noch mal eine andere art von jugendkultur im osten irgendwie und durch die arbeit die wir gemacht haben war es aber so die konnten das nicht halten weil wir so über die herzensenergie gegangen sind dass im laufe unseres projektes immer wieder jungs gesagt haben ich gehöre nicht mehr dazu einer von denen hat doch heute sogar meine e-gitarre oder keine namen ja ja genau marcus genau und die wurden dann von den anderen auch geschützt im knast wir haben gesagt wir hatten eine richtige diskussion gehabt in unserem theaterprojekt teilweise mit so leuten die irgendwie sich dieser rechten ideologie zugehörig gefühlt haben und gesagt ich kann das nicht mehr halten aber wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich dann mich selber zeige und mir mein herz zeige dann kriege ich von den anderen jungs ärger und haben die jungs aus der theatergruppe gesagt okay wir beschützen dich aber das passiert doch nur wenn man miteinander redet und wenn man dem anderen eine chance gibt und ich meine wir haben ja dieses die würde des menschen ist unantaster außer für leute die irgendwie mal rechts waren oder sind wollen wir die nicht wieder zurückholen also und ich weiß unser unser gemeinsamer freund verjagten syrer guter freund von uns der auch meine antifa war der meinte irgendwie erst früher immer auf nazi zu diesen anti nazi aufmärschen gegangen hat kommt zurück weil es ist doch eine viel bessere haltung zu sagen kommt wieder zurück und unsere menschenfamilie aber deshalb finde ich eben auch das was ich also ich habe mir gedacht ich bin antifa ich bin ich war ja irgendwie links was die da machen das ist für mich auch das was was man den natten die gräben die brauchen diese gräben ganz kurz war das nicht auch der fleischhauer der gesagt hat nazis raus mit der parole hat er erstmal ein problem weil wohin denn ja das ist zum mond oder wohin sollen wir die nicht viel lieber zu uns zurückholen das ist doch was wollen wir eigentlich und die gesellschaft eine welt und eine gesellschaft sein oder wollen wir diese bubbles und dann müssen wir halt irgendwie einen zweiten planeten plötzlich ranholen damit wir in unseren parallel gesellschaften weiterleben können also ich will definitiv ersteres statt zu sagen komm doch mal zurück das wäre ja die überwindung grundsätzlich von spaltung in jeglicher richtung und das ist aber wieder als wenn spaltung ein herrschaftsinstrument ist da beißt sich da die katze richtig das macht system braucht ein feindbild um um sich selber zu legitimieren weil macht definiert sich eben auch über die abgrenzung zu etwas anderem so und in dieser im kontext dieser krise sind es jetzt eben die ungeimpften die querdenker so ohne die kann man halt auch nicht dieses ganze ding hier am laufen halten man braucht das oder im größeren kontext ist sind es dann die rechtsextremen man könnte diese menschen so locker in diese gesellschaft holen ja mit all den mitteln die wir haben all den kompetenten schlauen soziologen psychologen politologen könnte man so viel machen um die gesellschaft wieder heiler zu machen ja auch aber diese lager die werden unbedingt forciert und das das liegt halt auch an unserem politischen system wir gucken uns nie an was ist eigentlich der konsens wir gucken uns immer erst an was sind wo liegen die differenzen und wir geilen uns in den medien an diesen differenzen auf noch und nöcher dabei haben wir eigentlich so einen krassen konsens als menschen an den dingen die wir wirklich wollen ja die wir alle wollen wir wollen alle wertschätzung wir wollen alle sicherheit wir wollen alle liebe ja wir wollen alle wohlstand so es gibt so viele dinge die wir die wir gemeinsam wollen aber man konzentriert sich eben immer auf diese spaltenden elemente weil man da dann auch eben so schön ja dieses 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 macht system irgendwie erhalten kann oder befeuern kann nichtsdestotrotz um das auch noch mal klar zu stellen um mal zurück zu kommen zu den spaziergängen also ich habe auf diesen spaziergängen bis jetzt keine rechtsradikalen getroffen aber wie erkennt das ist jetzt auch nicht so dass ich da lauter nazis begegnet bin jedenfalls nicht so dass ich es gemerkt hätte ich finde es auch mittlerweile so so dämlich das erklären zu müssen also ich finde irgendwie also das ist jetzt kein persönlicher angriff oder einfach so und warum müssen wir dann das immer wieder betonen also es ist so sprechen wir mal aber das dann sie also zu sagen so ich habe da niemand gesehen also ich glaube wir kommen an der stelle auch nicht also das ist so da habe ich so das gefühl irgendwie da drin und da drin uns im kreise sondern am ende ist es immer wieder das ins eigene handeln kommen wie ihr beide die song gemacht habt oder ein festival oder du menschen hilfst irgendwie aus dieser gewaltspirale raus zu kommen ist das eigentlich möglich dass wir davon was hören so ganz spontan oder ist das schwieriger was sagst du mir das zum schuss sicher ja bestimmt kommt gib mir deine hand und hab doch keine angst wir halten fest zusammen auf dem weg zum neuen fang willst du weitermachen wir gehen für unser land ist der weg noch so lang nichts was uns halten kann bei uns spaziergang hey du hey du sie doch nicht so ein gesicht wir gehen heute spazieren sagt mir kommst du mit kommst du überall in der bundesrepublik schritt für schritt holen wir unser land zurück hey du ja lieber herr polizist ich weiß du tust auch nur deine pflicht doch heute tu bitte was richtig ist schließlich deine bürger brauchen dankeschön ich bedanke mich ganz herzlich bei giovanna winterfeld vielen dank dass ich da sein durfte das war schön bei sascha herzlichen dank bei feline konrad danke auch und bei sabine winterfeld ja schön bei euch danke auch vielen vielen dank und wir ja wir bleiben in kontakt und sind sehr gespannt wohin die reise geht absolut ja euch danke ich auch fürs zuschauen bis zum nächsten mal an dieser stelle gute nacht tschüss auf augenhöhe